Wie gut ist die Defining Paste von American Crew? Die Verpackung, wie bei allen American Crew Produkten, eher so lala. Kommen wir zum Geruch. Leicht zittrisch, etwas herb, nicht zu stark, vollkommen okay. Weiter geht's mit den Inhaltsstoffen. 65% der Inhaltsstoffe sind gut, 35% leider nicht so gut. Der Claim des Produktes, definierende Paste mit Medium Hold und Low Shine. Ob das wirklich stimmt? Meine Haare sind frisch gewaschen, jetzt werden sie etwas angefeuchtet. 1, 2 Drops Arganöl, as usual. Rundbüste dazu und Fünn dazu. Die Vorherfrisur. Jetzt schauen wir mal, ob wir da ein bisschen die Definition reinkriegen. Die Konsistenz des Produktes, creamy, wachsartig, genau wie man sich so eine Paste vorstellt. Das Auftragen in den Händen funktioniert einwandfrei. Kommen wir zum Styling. Feiner kann dazu. Das Styling geht tatsächlich easy von der Hand. Noch ein bisschen Harsby dazu. Kommen wir zum Vorher-Nachher-Vergleich. Kommen wir zum Halt. Medium Hold würde ich jetzt nicht sagen, eher Light Hold. Aus dem Grund habe ich nämlich auch noch Harsby verwendet. Das Finish, Low Shine ist tatsächlich korrekt. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit des Produktes aus? Die Auswaschbarkeit ist okay bis gut. Und jetzt kommen wir zur großen Preisfrage. Ihr bekommt für 10 Euro 85 Gramm von der American Crew Defining Paste. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Ja, das Produkt kann man schon weiterempfehlen und ist gerade für die Leute geeignet, die mehr Textur und mehr Definition in ihren Haaren haben wollen und keinen großartigen Halt benötigen. Und für die die Inhaltsstoffe eher zweitrangig sind. Und man kann das Produkt sowohl für kurze als auch für lange Haare verwenden, um einfach schön Definition zu kreieren. Totale Punktzahl, die Defining Paste von American Crew erhält 38,5 von möglichen 50 Punkten. Link zum Produkt wie immer unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Haare-Style.